Die Gelehrten Und die Bewohner ins Paradies gehen werden, werden wir von der Brücke durchgehen. Dieses Serat, was ein dünner ist als das Haarstück und schärfer ist als das Schwert. Das, wenn wir das überlegen und nachdenken, ist eine unvorstellbare Sache. Und unter der Brücke ist die Hölle. Und jeder Mensch, egal, Muslim, Kjafir, muss von dieser Brücke überqueren. Jeder wird diese Brücke überqueren. müssen, hat keinen anderen Wahl, er muss diese Brücke überqueren und nur der Mu'min ist, der gläubig ist, der Muslim ist der bei Allah auf der Waage seine Taten die guten Taten schwerer gekommen sind als die schlechten Taten die werden es auch schaffen über diese Brücke zu gehen und einige werden es schaffen mit Blitzschnelle und andere wie ein Pferdschnelle und andere wie bei einem normalen Mensch Tempo wird er das schaffen und dann wird es Menschen geben sie werden nicht gehen wollen sie werden bis vor der Brücke kommen und werden stehen bleiben und wollen nicht gehen und weinen und tränen Angst, wird Jibril aleyhisselam kommen, sagt aleyhisselam wird Jibril aleyhisselam kommen und wird sagen, was ist mit euch, überquert die Brücke los sagen, wir trauen uns nicht wir trauen uns nicht über die Brücke zu gehen, weil wir wissen, wir werden uns in den Schluchthin hineinfallen und Prophet sallallahu aleyhi wa sallam sagt das Stein, was in der Hölle fliegt bis er den Boden berührt dauert 70 Jahre und gibt es keinen Trick wie man diese Brücke überqueren soll Jibril sagt, los geht ihr schafft es, versucht es die sagen, nein, wir dürfen es nicht wir schaffen es nicht wir haben Angst wisst ihr, was dann Jibril aleyhisselam denen sagen wird wie habt ihr die Meere überquert in der Welt die Ozeane, die großen Wellen wie habt ihr das geschafft? die haben gesagt, wir haben Schiffe gebaut das war das letzte Gespräch, was wir mit Jibril sprechen werden wir haben Schiffe gebaut und haben geschafft durch diese Schiffe die Ozeane zu überqueren dann wird ihr sagen dann, wo ist eure Tate? wo ist eure Tate? dass ihr heute diesen schwierigen Weg überqueren könnt und Alhamdulillah das Ruf zu Allah der Ruf zu der wahren Religion ist die beste Methode und einer der sichersten Wege wie man diese Brücke überqueren soll deswegen keiner soll sich in dieser Sache einfach sehen jeder Bruder jede Schwester jede Schwester soll dieses Gefühl haben für die Dauer soll erzählen soll den Menschen fragen letztens in Berlin bevor ich in die Türkei geflogen bin bei Abdulazims Vorträgen haben wir zusammen ein Seminar gemacht und dort beim Vortrag am Ende der Vortrag ist ein Atheist gekommen ein deutscher Atheist alle Brüder sind aufgeschlagen sind weggegangen ich war noch auf meinem Platz ist er zu mir alleine gekommen und mit mir waren noch zwei, drei Brüder die noch mit mir geblieben waren und er hat gesagt ich will mit dir sprechen ich habe gesagt was möchtest du er hat gesagt ich habe ein paar Fragen habe ich seine Fragen beantwortet wie viel ich konnte und dann habe ich gesagt erlaubst du mir jetzt eine Frage hat er gesagt ja bitte stell was hindert dich Muslim zu werden warum bist du kein Muslim hat er überlegt ein, zwei Minuten hat er gesagt ich finde keine Antwort und er hatte einen arabischen Kollegen mit und der arabische Kollege macht mir ständig Zeichen nicht zu streng er wird später Muslim werden und so der hat gesagt ich habe keinen Grund ich will Muslim werden und der der ihn gebracht hat er dachte er wird vielleicht nach ein paar Jahren Muslim werden das ist sein Arbeitskollege mit einer Frage ist Muslim geworden der hat auf diese Frage gewartet dass jemand ihm sagt werde Muslim komm werde Muslim geh raus von hier und rette dein ewiges Leben deswegen sollte liebe Brüder den Menschen ansprechen macht da egal wo ihr seid egal in welchem Ort ihr lebt ihr dürft nicht für eure Religion euch schämen denn unsere Religion ist Haq wenn wir nur die Vorzeichen von Qiyame lesen was hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam berichtet berichtet dann ihr werdet sehen dass alles passiert ist die Vorzeichen wisst ihr was sagt alaihi salatu wasallam über die Vorzeichen wir reden nur wissenschaftlich und das ist vorhanden wie dieses Buch vor 1400 Jahren haben die Menschen geschrieben ist nicht was heute gedruckt worden ist ist heute sogar in Berlin in der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz ist vorhanden könnt ihr da aufschlagen und finden was hat Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Zukunft gesagt und alle diese Prophezeiungen was er gesagt hat ist passiert und genauso wird die Prophezeiungen passieren was er gesagt hat im Grab und nach der Tod ohne Zweifel was hat er gesagt er hat gesagt es wird Sinna vermehrt sein in seiner Zeit war das unmöglich unvorstellbar er hat gesagt es wird viel geben und ist passiert der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt Erdbeben wird überall passieren überall in der Welt ist jetzt Erdbeben verbreitet er hat gesagt dass die Moscheen werden beschmückt wird der Mihrab das Gebetsplatz wird leer sein aber wird beschmückt sein und geht heute viele Moscheen sind leer gibt es keiner betet nicht aber ist richtig investiert mit Beschmückung Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt wisst ihr was er sagt das beste wie man heute Antwort geben kann für die Leute die Atheisten sind weil sie können nur mit wissenschaftlich kann man mit denen argumentieren logische Argumente Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt vor 1400 Jahre vor Untergang der Erde wird das Winter warm werden das Winter wird nicht mehr kalt sein sondern wird warm werden und was ist diese Tage passiert ist nicht Klimawechsel passiert das steht in Hadith was Professor sallallahu alaihi wasallam gesagt hat damals Leute konnte es sich nicht vorstellen wie wird Winter warm gehen aber jetzt sehen wir Winter verbringen wir in der Wärme 10 Grad 20 Grad fällt kein Schnee mehr Klimawechsel wird gesagt und das hat Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt woher wusste ein Mann der niemals Winter gesehen hat und in der Wüste gelebt hat der nicht lesen und schreiben kann wer hat diese Information ihm gegeben Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt die Blitzschläge und Donner wird sich vermehren und nach Wetteramt letztes Jahr hat sich nur in Deutschland die Donner und Blitze um 5 Millionen Mal vermehrt 5 Millionen Mal als vorheriges Jahr wurde mehr Donner gegeben und Blitze woher wusste Mohammed sallallahu alaihi wasallam deswegen wir zweifeln nicht dieser Mann was er gebracht hat ist eine wahre Religion und wahre Religion wenn wir sagen ist eine vernünftige Religion ist eine rücklässlichsoldatung auswendet verletzt Dame univers 내용 in der das hat wir das